Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns mal den Battle Royale Song von Miami Rays an. Ja, let's go! Das ist also Call of Duty ohne Battle Royale. Ich werde dich kill, übernatürlich, du kommst da nicht mehr. Ich renne quer über die Map. Es wird gekillt, dann wird T-Bag. Ich kann frau stehen, ja du bist mad. Ich mach das F-15. Oh yeah, no care. Ey, das ist normal, das ist jetzt, ich werde royal. Einmal besprungen, ist uns alles egal, ja, ja. Der letzte, der steht, bin ich, ich zack ich... Check den auf jeden Fall mal aus. Warte, warte. Harry Potter Kostüm. Ja, ich sehe auch jetzt sehr viel von nichts zu gut aus. Moment. Mhm, 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 mhm. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr, wow. Das ist normal, das ist die Sperre Royale. Einmal besprungen, sonst alles egal, ja, ja. Der letzte, der steht, bin ich, ich zeig euch jede Runde, wer hier der König ist. Das ist normal. Zeig euch jede Runde, wer hier der König ist. Ja, ja, ja. Zeig euch jede Runde, wer hier der König ist. Die rennen quer über die Map. Erst wird gekillt, dann wird T-backed. Ich kann Frauen stehen, ja du bist mad. Ich mach das seit 15, ja, no care. Ey, das ist normal, das nennt sich Bärte Royale. Einmal besprungen, sonst alles egal, ja, ja. Der letzte, der steht, bin ich, ich zeig euch jede Runde, wer hier der König ist. Ey, das ist normal, das nennt sich Bärte Royale. Einmal besprungen, sonst alles egal, ja, ja. Der letzte, der steht, bin ich, ich zeig euch jede Runde, wer hier der König ist. Okay, ciao Freunde. Checkt mich auf jeden Fall aus und checkt ihn auf jeden Fall aus. Checkt mich auf jeden Fall aus und checkt ihn auf jeden Fall aus.